Hallo Freunde, als mir vor einiger Zeit dieses Filmchen untergekommen ist, dachte ich mir, na gut, vielleicht geht das ja für deinen Survival-Kanal als Feuerbach-Anzünder. Mal sehen, was ihr davon haltet. Falls ihr mal unterwegs seid, übernachtet und wirklich nur euer Handy und, weiß ich, Outback-Rucksack bei habt und aus Versehen nichts, was zum Anzünden geht, kann man sich ja auf das Handy einige Apps laden und sich danach mit der App selber anrufen lassen. Was dann passiert, seht ihr hier. Und jetzt etwas weiter gedacht, denken wir mal an G5. Da sind die Wellen, denke ich mal, noch stärker. Das erinnert mich stark an das Blitzen in meiner Mikrowelle, wenn da ein bisschen Metall oder was drin ist. Und jetzt stellt euch diese Strahlen mal vor, bei einem verstärkten 5G-Betrieb. Und dann könnt ihr froh sein, dass euer Gehirn und euer Ohr nicht auf Stahlwolle gebaut ist. Mit anderen Worten, ich bin doch etwas gegen den neuen G5-Ausbau für unser Handynetz.